Warum ist das, bitte schön, ein Beweis? Okay, also wenn ich hier irgendwie so ein Minigame schaffe, bekomme ich extra Maskenpunkte. Mach mal das da. To try a match, first select a weapon, then click and drag the mouse curves across the screen. Do you find a good match? Do you think you've made a match? Click submit to check your refresh camera as well. Ja, okay, alles klar. Dann probier's mal aus. Select a case. Was murdered in the back of his butcher shop during an apparent robbery gone wrong. So, the police found no more weapon at the crime scene in Dami's and so on. Oh Gott, okay. Ah, das ist dann, jetzt? Oh Gott, was mache ich hier? Okay, das war nicht das hier. Das hier war's. Well, das könnte sicherlich besser gehen. Was? Wirklich? Ist das was? Dann mach ich was anderes, komm. Weil, only when the dot is active. Ach Gott, ich hab keine Ahnung. Ich probier einfach was aus. Leute, die Sachen sind echt, äh, sehr, sehr merkwürdig gemacht. Also wirklich. War das jetzt richtig? Ich glaub, die sind immer aktiv, oder? Die, die so leuchten. Oh, jeez. Äh. Hä? Oh, jeez. Oh Gott. Nur die, nur das hier? Okay. Soweit eigentlich, alles gut. Ich mein, die sah einem nicht... Ah, ist in Ordnung. Passt. So. So. Geschafft. Mir ist eins noch. Oh, jeez. So schlecht. Äh. Okay, okay, okay. Ähm. Ja, äh, Digga. Puh. Schafft. Puh. Was? Puh. Was heißt das jetzt? Was mach ich jetzt, wenn ich hier drauf drücke? Oh mein Gott. Leute, die Sachen sind so merkwürdig. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Ah, okay. Ach, das kann ich verschieben. Ja, also abhören wir das einmal. Äh. Äh. So ungefähr. Müsste es sein. Es rastet, denkens, ein. Deshalb denk ich mal ungefähr. Ja, ach so. Ja, schön. Zwei Punkte bekommen? Okay, naja. Hätte besser sein können. Okay, also hier gibt es überall Punkte zusammen. Ist eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht. Äh. Ich glaube, ich hatte... Ich glaube, es stand vorhin da. Ich glaube, das kann man nicht unendlich lang machen. Journal. Coke Evidence? Was? Was? Ach, das ist von vorhin. Aber da hab ich nichts rausgefunden. Ha. War ich zu schlecht war dafür. Ha. Ähm. Oh Gott, aber... Das war, das war das. Ähm. Komm, dann... Probe ich das nochmal. Okay, wir wissen eigentlich schon, das war glaube ich das hier. Oh nein, das ist was anderes. Oh Gott. Äh, warte, was ist das hier? Das war's nicht. Das war's auch nicht. Das jetzt. Matchmade. Ach, das andere auch noch. Ach so Scheiße. Das ist das gleiche, oder? Ha. No match. Was? Was? Äh. Was? Egal, was? Well, now I have to start all over again. Okay. Na, also nochmal. Das ist das hier. Äh. Was? Okay, Leute, also... Das ist echt teilweise sehr verwirrend. Das war doch vorhin richtig. Nicht. Bitte helf mir, spiel. Äh, choose weapon and click and check. Das war ein Match, die Cramps nicht mehr. As closely as possible. Ja, sag mir das doch direkt. Was? Ja, okay, ja, ja. Kommt nochmal rein. Äh. Ja, wow, das ist jetzt falsch? Was? Oh mein Gott. Ich kapier das überhaupt nicht. Tschüss. Move your mask also. Und slider move. Okay. Okay. So, 3D from the road which ever I want to score. Cheating ways is likely a skiller. I found flags of nail polish in the tree. If I pin down the collar, it may... Okay. Einfach mal ausprobieren. Holy fucking. Was? Okay. Ich glaube, die weißen Balken werden da drin... Ah, die müssen lange genug drin bleiben. Okay. Okay, Moment. Na? Holy shit. Holy shit. Das ist noch schwerer als alles andere davor. Oh Gott. Was ist das bitte? Leute. Was ist das? Äh. Oh Gott. What do you have to find a sample? Okay. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ernsthaft? Einfach Farben matchen? Was? Was? Das war grün. Oh. Nein, falsch! Ah, das hast du gesehen! um 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 nein 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 Nein. 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 Ja. Ha. If I was the type. Ah, super. Zeugpunkte bekommen. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier weiter. Mit ihm können wir nicht sprechen. So. Jetzt wieder da. Ähm. Und ich glaube, wir... Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen müssen. Bring breakfast, du machst. Okay. Und danach Rita besuchen. Hallo. Ach nee, wer ist denn Camilla? Ach Camilla ist die hier. Stimmt ja. Hallo. Oh Gott, wie hässlich. Mein Tag wird immer besser und besser geworden. Ich habe deinen Lieblingsbruch. Einer dieser Tage, die du mir sagst. Blood Spatter dauert nicht all meine Zeit. Ich mag schlechte Leute. Es ist nur so, dass ich dich fast alles in deinem Leben kennengelernt habe. Händelig, smart. Du solltest eine schöne Mädchen finden. Was hat auch in der echten Serie gesagt? He. Jetzt hier ist dein Bild. Nur nicht mich gefangen. Dann würde ich die Donuts bringen. Ich glaube, das ist eine Nebenmission. Normale Leute sind so aggressiv. Aber wenn ich gehen lasse, werde ich Kontrolle verlieren. Wenn es zu Sex geht, das echte Akt. Ich bin nicht interessiert. Es scheint alles so unbezündet. Aber ich muss das Spiel spielen. Und nach Jahren zu versuchen, normal zu sehen, habe ich mich die richtige Frau für mich kennengelernt. Sie hat ihre Leben auf einer öffentlichen Diskussionsrunde geholfen. Also, wir haben uns geholfen und wir haben jetzt sechs Monate geholfen. Wenn es sein muss, dann macht er halt mit. Nein. Ich bin schon, was da kommt. Aber Leute, ich finde es echt cool, dass wir hier einfach... äh... ...rumsitzen können bei den ganzen Orten. Das ist echt... ...ultra geil. Da... ...äh... ...ääh... ...die Grafik ist mir echt scheißegal. He. Wenn das hier möglich ist. Dexter. Dexter! Dexter! Aster und Cody sind bei der Babysitter für die Nacht, so... ...ich bin bereit, wenn du dich bist. Okay, so was hast du in der Augen? Ich warst, dass du mich überraschst. Wenn du keine Ideen hast, ich dachte, wir gehen nach der Beach. Da gibt es diese schöne kleine Grafik. Nein, danke! Sure, ich versuche alles mal. Great. Danke, Dexter. Es ist so rare, dass wir eine Chance haben, zu gehen, besonders die zwei von uns. Ja, es ist definitiv wichtig, zu gehen, und zu tun, was. Es ist nicht so, wirklich. Es ist einfach... Es ist nur ein Jahr seitdem, was mit meinem Ex-Husband ist, und ich fühle mich, dass ich das Zeit, oder arbeiten, oder als Mutter. Manchmal, ich vergesst, wie ich bin, ohne all das zu sein. Vielleicht bin ich einfach in eine Runde. Wenn Smashing Krabs du dir fühlst, ich bin. Danke, Dexter. Ich freue mich wirklich, dass du so unterstützt bist. Ich habe mich über uns gedacht, über uns, und über wie patient du bist. Du bist glücklich mit uns? Ich bin nicht glücklich. Ja, ich bin glücklich. Du bist? Ich bin. Es ist einfach... Das kann so etwas strange sein, aber ich wollte dir bedanken, für mich zu verstehen, warum ich nicht interessiert in viele Dinge. Wir Morgans können sehr glücklich sein. Danke. Das bedeutet viel. Ich habe es nicht gesagt, ich habe es nicht gesagt, aber ich bin glücklich, dass du in meinem Leben bist. Du bist bereit? Natürlich. Ich habe ein paar Ungewöhnliche Worte, aber diese Menschen, die soziale Beziehung, nicht warten, um zu holen zu holen, zu spüren und zu spüren. Die normalen Menschen, sind so ausreichend. Aber nicht, Rita. Ich muss den Schmerz, oder er kann mich konsumieren. Okay Ach, stimmt ja, stimmt ja Haha, ich erinnere mich noch Wo ist das? Hä? Hier? Da Okay, alles klar Ernsthaft Ich kann so aufdrücken, wie ich will Oh Gott Wie viele Kram Level Up Okay, alles klar Ähm Ich weiß nicht, ob ich es noch lange machen möchte, um ehrlich zu sein Gleich explodiert das Spiel, weil kein Mensch dachte, dass man so weit kommt Okay, das sind die ganzen Graben, wo haben sie die ganzen Graben, naja Ja gut, äh, Mars Bono 4, ist doch cool Ah, ich hab nur zwei bekommen, ehrlich gesagt, okay Wer ist der Kram, ah ja stimmt ja, ah stimmt ja Wo sind wir gehen? Was? Was ist das? Was ist das? Oh, okay. Okay. Kein Polizist. Kein Einzelner. Nur Angel ist hier. Ja, excuse me. Ich mag Dexter. Ich spreche über das Mann, das Mann, das Mann, das Mann, das Mann. Das Mann, das Mann, das Mann, das Mann.